Okay. Wie hast du dich danach gefühlt? Das ist irrelevant. Meine Gefühle sind nicht wichtig. Doch, sind sie. Du trauerst. Es ist wichtig, sich das einzugestehen. Welch eine scharfsinnige Beobachtung von Frau Doktor. Du bist wirklich sehr gut in dem, was du tust. Doch deinen Job dürfte es schlichtweg nicht geben. Menschen zu helfen, Schmerzen zu verarbeiten, ist nicht wichtig? Ich finde, Schmerz sollte es nicht geben. Ich verstehe. Aber er gehört zum Leben, Lucifer. Schmerz ist unvermeidlich. Doch zu leiden ist optional. Belehrt mich nicht über das Leiden und dessen Unvermeidlichkeit. Nichts könnte mich davon überzeugen, dass das System nicht kaputt ist. Trixie sollte keinen Schmerz leiden, weil ihr Vater aus ihrem Leben gerissen wurde. Und Daniel hätte niemals heute... Dan hätte nicht sterben dürfen. Das System ist nicht nur kaputt, es ist ungerecht. Lucifer, du kannst nicht alles Schlimme, was auf der Welt passiert, kontrollieren. Sondern nur, wie du damit umgehst. Da lässt du dich gewaltig. Es gibt etwas, das ich tun kann. Vorher wollte ich aus den falschen Gründen Gott werden. Aber nun will ich nicht mehr länger Gott werden. Ich muss einfach Gott werden. Was soll das genau bedeuten? Es bedeutet, dass wir in den Krieg ziehen werden.